Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir die Blindfolded Challenge. Das ist schon eine Sache, die ich schon sehr lange machen wollte. Und jetzt komme ich endlich dazu. Zuallererst wollte ich aber noch eine kleine Ankündigung machen. Denn solltet ihr Twitter besitzen, würde es mich echt sehr doll freuen, wenn ihr an einer Urfrage teilnehmen würdet. Denn es geht um ein neues Video, nämlich die Twitter-Pix-by-Sim-Challenge. Beziehungsweise, eigentlich macht man das ja eher auf Instagram. Aber ich habe mich für Twitter entschieden. Und wenn ihr Lust habt, dann verlinke ich euch das in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dort auch noch abstimmen. Es würde mich sehr, sehr freuen. Das ist jetzt ein Sim, der ist einfach nur random generiert. Und ich werde jetzt immer irgendwas anklicken, meine Augen schließen und dann irgendwann loslassen. Beziehungsweise werden wir dann hier dann so machen und dann irgendwas anklicken. Ich hoffe, dass das alles ganz gut funktionieren wird, sonst wäre das ein bisschen doof. Damit ich auch mitbekomme, dass ich irgendwas angeklickt habe, habe ich diesmal auch Kopfhörer auf. Damit ich dann merke, okay, ich habe wirklich was getroffen auch. Ich denke, ausziehen darf ich sie vorher schon. Zumindest würde ich jetzt sagen, ja. Sehr zumindest ganz schön. Okay, womit fangen wir an? Und ich habe ein bisschen Angst. Ich würde sagen, wir fangen mit den Augenbrauen an, weil die gefallen mir jetzt gerade in dem Moment nicht so. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. 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 Äh, die Farben. Wow. Ich will jetzt schon nicht mehr. Das war zu viel für mich. Stoppen Sie das! Okay. Irgendwie hat sich nichts wirklich getan, kann das sein. Egal. Das ist schon okay. Ich möchte andere Augen haben, mit denen ich dann arbeiten muss. Oh. Aber ich habe keine angeklickt. Okay, ich darf doch mal. Ich habe keine angeklickt. Ja. Schon okay so. Und. Ja. Aber. Wow. Das ist okay. Die Nase. Die ist schön. Me like. Ich will den Mund gar nicht verändern, ehrlich gesagt. Aber. Ich möchte es fair machen. Na. Ist okay. Ist okay. Ohren machen wir natürlich auch. Okay. Okay. Hat sich nicht so viel getan. Und. Hier würde ich gerne auf jeden Fall noch was ändern. Okay. Datkin. Ich treffe nichts. Okay. Das ist jetzt auch nicht so geil. Das ist jetzt gerade ein bisschen stressig. Die Augenbrauen. Aber. Ja. Okay. Das ist jetzt auch nicht so geil. Aber wir können das ja auch noch so ein bisschen ändern. Okay. Es hat sich nicht so viel getan. Weil ich immer richtig Angst habe. Okay. Äh. Ja. Ihre Zähne. Okay. Ich hoffe natürlich auf die Lashes. Vor allem weil sie jetzt zweimal vorhanden sind. Okay. Oh nein. Nein. Aber wir haben noch nicht, ähm, ihre Hautfarbe bestimmt. Dementsprechend. Ich kann noch ein bisschen Glück haben. Aber ich suche mir noch ein Haut. Detail. Aus. Würde ich sagen. Ich habe Lashes. Das war wirklich Zufall, Leute. Ich kann ja auch eigentlich gar nicht so krass schummeln. Aber. Ich liebe alles. Wirklich. Okay. Äh. Nein. Ich möchte. Ja. Ihre Hautfarbe bestimmen. Äh. Eww. Eww. Okay. Ihre Haare. Why? Einfach nur. Ja. Ja. Hm. Hilfe. Möchte ich ihr einen Hut geben? Ich glaube eher nicht so. Ich gebe ihr aber Accessoires. Wir können ja nach Ohrringen und so weiter gucken. Okay. Da kann man das halt so ein Glück unterteilen. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Äh. Okay. Ja. Es geht noch. Oh. Diese Nase stresst mich. Und diese Augenbraune. Warum? Möchte ich ihr eine Brille geben? Nein. Möchte ich glaube ich nicht. Ich glaube das würde es noch schlimmer machen. Aber eine Kette ist bestimmt okay. Okay. Das passt wenigstens schmuckhaft. Also vom Schmuck her passt es zusammen. Das ist gut. Make-up möchte ich eigentlich auch geben. Aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Aber eigentlich kann es nicht mehr schlimmer werden, oder? Tch. Äh. Äh. Ich habe nichts angeklickt. Ah. Okay. Ich habe einen anderen angeklickt. Sorry. Äh. Das war so nicht geplant. Okay. Ich will nicht mehr. Ich wollte schon am Anfang nicht mehr, aber... Jetzt will ich erst recht nicht mehr. Hören Sie auf. Ich habe nichts angeklickt. Okay. Ich habe nicht drauf geklickt, ne? Nein. Okay, mal... Es fällt nicht so doll auf, finde ich. Ähm. Okay. Ich möchte es schön reden, aber es klappt nicht so gut. Äh. Warum? Es wird doch noch schlimmer. Ach. Es passt ja farblich nicht mehr zusammen, wisst ihr? Egal. Ich mache das jetzt hier noch zu Ende. Ich sehe das nicht ein. Okay. Ist okay. Das... Das soll so. Ja. Ja. Okay. Dann machen wir das hier. Oh. Das war so nicht geplant. Und... Ihhh. Also... Nichts gegen Leute, die so einen Körperbau haben, aber es sieht gerade echt nicht schön aus. Das ist... Ich weiß. Uhhh. Uhhh... Alter... Alter, sieht ja von Weitem noch schlimmer aus. Okay, geben wir ihr Kleidung. Help me. Boah. Ihr seid ein Pulli, ne? Nein, ich habe eine andere Hose angeklickt. Würde ihr gerne eigentlich eine Legends geben oder so? Versuchen wir es! Hm, es geht. Ich habe schon schlimmere Outfits gesehen. Ich habe Angst. Es ist schrecklich. Ich habe ein Monster erschaffen. Was ist sie? Ich habe mir ein Purpose noch nicht angefasst. Okay, hat sich auch nicht so viel getan. Ich meine, zum Glück erkennt man jetzt ihre Muskeln nicht mehr so krass. Das ist dann schon ein bisschen angenehmer anzusehen. Aber, ja. Ich suche mir kurz einen Namen raus, wie ich sie nenne. Ich möchte sie gerne Anja nennen. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt klappen wird. Anja Wurst möchte ich sie nennen. Weil, sie sieht gerade aus wie eine Wurst. Eine nicht sehr schöne. Ich hoffe, es klappt wenigstens, dass ich ihr den Namen geben kann. Sonst wäre ich sehr traurig. Ja! Okay. Das ist schon mal ganz gut. Okay, Wurst. Wääh! Okay. Bester Erfolg in diesem Video, glaube ich. Mehr Erfolg werden wir hier nicht mehr hinkriegen. Okay. Ihre Dings. Ort. Okay, da gibt es ja nur das. Da kann ich dann auch nicht viel anderes wählen. Okay. Okay. Wir nehmen aus der Kategorie. Ja, sie ist bestimmt sehr familienbewusst. Mhm. Und. Liebt die Natur. Okay. Wenn du meinst. Oh, ich hab weggeklickt. Musikliebhaberin. Wenn sie meint. Ich möchte sie gerne verbrennen. Ich möchte sie als weib Gedächtes löschen. Ich möchte. Warum existiert sie? Es ist nicht sehr angenehm anzusehen. Ich hoffe. Dass ich sie nie wiedersehen muss. Es klingt so gemein. Aber es ist halt wirklich so. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video vielleicht ein bisschen Spaß gemacht. Denkt bitte dran, dass ihr an der Umfrage teilnehmen wollt. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Denn das ist nämlich das nächste Video, was ich aufnehme. Was dann nächste Woche kommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ja. Musik Vielen Dank.